Hallo ihr Raketen, vielen Dank wieder mal fürs Playdrücken. Ich habe einen Helm auf. Ich weiß, ich sollte den eigentlich generell tragen, aber heute habe ich ihn aus einem ganz bestimmten Grund auf, denn ich darf heute Rallye mitfahren und zwar bei dem Charlie Bosch. Ihr erinnert euch vielleicht noch. So und der Battery Runner, das ist unser Gefährt. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich freue mich auf jeden Fall. Kallidi, bevor wir jetzt nicht mehr reden können, wo sind wir, wo fahren wir hin? Ja, 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 ja. Kallidi, bevor wir jetzt nicht mehr reden können, wo sind wir, wo fahren wir hin? Boyenza Juk. Charlie, du hast gesagt, das ist eine der schöneren. Ja, guck mal da hoch, wir fahren jetzt ganz den Berg hoch. Traumhaft. Und kurventechnisch? Die ist ja schön weit, breit die Straße, tolle Kurven, so ein bisschen flüssig fahren, nicht so hakelig und vor allem nicht überall ein Steinmäuerchen rechts. Ja, das ist eine Mischung aus Lust und Angst, aber Charlie hat normalerweise seine Tochter dabei, die Leonie, ist normalerweise die Beifahrerin, dementsprechend habe ich wenig Angst. Das ist auch ein Teilnehmer hier. Das ist der Caterer hier, der bringt gerade Kartoffeln. Also können wir langsam fahren, bis die geschält sind. Ja, können wir noch. Hola, buenos dias. Muchas gracias. Wie viele Kilometer haben wir jetzt ungefähr? Steht ja auch in meinem Buch. Das ist eine lange Strecke, wir gucken mal. 13 Kilometer. Ah ja, okay, hier. Also 13 Kilometer. Das ist hier. Das ist die Finale. 12,2 Kilometer. Okay. 13 Kilometer. Und wieder in die Zeit. Die Zeit, wir sind auf den Kunde. Ja, das ist ja schon. Die Zeit sind die Zischenhäuser. Achtung. Das ist schon fies, das tickert jetzt so runter, da kannst du dich dem gar nicht entziehen. 15 Sekunden, vorwärts lang, aber aufdrehen. Das ist gut, 10 Sekunden. Also wir starten normal. 5 Sekunden, 3 Sekunden. 10 Sekunden, 2 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, wie es ist ein Megleと思います? 10 Sekunden, 3 Sekunden! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Herr Charlie fährt so schnell. Ja, dann können wir mal langsam fahren. Charlie, vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Darf ich mich hier einmal mit Handschlag überleben? Und noch an einem Stück. Hat riesen Spaß gemacht. Muss ich mal echt sagen. Wenn ihr noch mehr Videos schauen wollt, dann hier drüben. Oder da, ich weiß es nicht genau. Das Zeitalter der Elektroautos ist reicher sowas. Geht ab! Bis zum nächsten Mal.